Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute will ich euch heute einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um dieses schicke Eulen Mount hier und das schimpft sich einmal Anuarelos, Wegweisung der Flammen und das kriegen wir über einen Raid Boss. Und zwar haben wir da in Dragonflight den Raid Armiertressil Hoffnung des Traums und hier müssen wir in den Mythic Modus reingehen und quasi den Endboss killen für Röck der Loderne. Bei dem gibt es aktuell das Mount noch zu 100% bis quasi The War With In startet, also bis quasi Release und danach wird es wahrscheinlich wie die allermeisten Mounts, die man quasi in Raids holen kann sein, dass es auf 1% herabgesenkt wird. Heißt, wenn ihr das Video in The War With In oder in einer späteren Expansion schaut, könnt ihr das immer noch farmen, ihr müsst halt ein paar Trys dann wahrscheinlich aufwenden, 1% ist dann nicht ganz so hoch. Aktuell, wie gesagt, bis zum Start könnt ihr es noch holen von The War With In und kriegt es zu 100%. Zusätzlich gibt es nämlich nicht nur das Mount, wenn ihr das einsetzt, sondern ihr kriegt nochmal zwei zusätzliche Items und die will ich euch jetzt auch noch zeigen. Und zwar gibt es einmal noch Feder der Lodernden Schlummer Eule, da kriegt ihr quasi als Druid die Gestalt, also diese Mountgestalt auch als Druid Gestalt, das werden wir uns jetzt mal ausprobieren. Und soweit ich weiß, kriegt ihr die mit jeder Klasse und könnt es dann halt mit eurem Druid einsetzen. Und das zweite ist, Glut, das der Kameradschaft, da könnt ihr dann mit dem Hunter, und ich bin jetzt hier, wie gesagt, nicht auf dem Hunter, aber ich kann es auch einsetzen, quasi solche Feuereulen zähmen. Das gibt es bei vielen anderen Pet-Arten auch schon, dass man mit dem Hunter quasi so ein Buch einsetzen kann und dann gewisse Arten zähmen kann, zum Beispiel auf Wolkenschlangen und andere Mobs. Und hier ist es quasi dann diese Feuereulen, könnt ihr dann das Hunter quasi zähmen. Das müsst ihr accountweit zähmen, genauso wie jetzt hier diese Geschichte mit der Eule. Und die finden wir dann einmal hier, jetzt muss ich mal gucken. Ah, Fluggestalt, war beim falschen Tab. Und die müsste dann jetzt hier mit drin sein, genau. Da haben wir es, die Feuereule, die kann ich jetzt auch mal auswählen. Und wenn ich dann meine Druid Gestalt nehme, dann, okay, jetzt haben wir irgendwie ein bisschen, ah, ein bisschen arg in der Ego-Perspektive. Seht ihr, dann habe ich quasi das Mount hier als Druid Fluggestalt. Sieht eigentlich komplett genauso aus, bloß habt ihr dann natürlich keinen Sattel drauf, weil ihr seid dann selber das Mount. Und dementsprechend, ähm, ja, ist es sonst eigentlich dasselbe. Wir können jetzt hier nochmal aufmounten und mal gucken. Es ist ein bisschen größer, muss man sagen, ne? Weil wir halt dann auch oben drauf hocken. Gehen wir nochmal zurück auf die Druid Gestalt. Ja, die Druid Gestalt ist ein bisschen kleiner. Aber die kann man natürlich instant anmachen und das ist natürlich auch eine nette Angelegenheit. Genau, das war es soweit mit dem Mount Guide. Hat mich gefällt, dass ihr bei wart. Sollte eine Frage offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila und bis dahin. Ciao.